wir haben jetzt die zaubertränke ein bisschen erhöht und wir werden gleich auch noch gucken dass wir stabil aus wirklich stabil ich brauche zeit für die vorbereitet ich habe keinen ich bin noch nicht schon gut der menschen da sind da hinten ist ein gobblin, seht ihr das? da müssen wir sofort hin da kommen wir gleich wieder meine liebenöhle ne erstmal nicht Was ist das? Feuer finde ich nicht so geil. Die Nahkampfblitze sind mega-sorgen so. Ich hab ja keine Base-Fähigkeit. Geht von weit mach ich halt. Das ist halt scheiße, Alter. Das ist wirklich die Kacke. Ich bin noch nicht bereit. 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 Der Hammer ist natürlich der Hammer meine lieben Freunde. Wir gucken mal ganz kurz. Ich hoffe mein Zaun ist auf jeden Fall ok. Wir spielen nicht viel zu laut. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Either das wird der Hammer geht der Hammer. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich brauche Zeit. ich war gar nicht so geplant jetzt weil ich wusste nicht dass ich einen das ist auch immer die frage ob das jetzt hier für uns und wir haben eine fähigkeit fertig heißt dass wir hier die basisfähigkeit erst mal wir haben das hier umfällig so dass wir uns überlegen bleiben wir hier wirklich drauf das zurücksetzen kostet vier meine güte kriegen wir zwei wieder oder machen wir ein feuerball oder eissplitter ist vielleicht auch ganz geil könnten auch blitz machen ich glaube das die härteste die elektropeitsche ist das was am meisten schaden macht fast sicher aus dem basis fähigkeiten weil andere ist man hat mit schießen zu tun und wir wollten ja weiter runter schreien des schutzes ich bin noch nicht bereit macht schon bock ich brauche zeit für die vorbeigehen ich brauche zeit für die vorbeigehen ich brauche zeit für die vorbeigehen was ist hier bei dem jungen mann hier alles das ist vier auf alle werte sauber stoppen woan legen zauber Ich bin noch nicht bereit. Boing Diggi Oskar, Oskar kannst du mal schreiben ob der Sound ok ist, ob ich laut hier noch bin. Boing Diggi Oskar, Oskar. Ja, der Sound ballert aber ein bisschen laut genug. Ja, Zaun ballert richtig, oder? Zaun ballert. Ja, das Game macht doch mies Spaß grad, Digga. Das ist wirklich, das ist wirklich krass, so. Ich hab zwar nicht mehr mein Bild hingekriegt von damals. Ach, siehste. Wollte ich ja nehmen. Jetzt kriegen wir noch mehr Erfahrungspunkte. Ah, hier wollte ich runter. Fein Leute, wir gehen mal ganz kurz rein, gucken mal ob hier was los ist. Wenn nicht gehen wir wieder raus. Ich bin noch nicht bereit. Aber ich glaube... Hier ist nichts drinnen, okay doch. Ach du Scheiße. Alter, Digga. Das ist krass. Alter, okay, crazy. Okay, geil, dass ich hier nochmal drin bin. Ich bin noch nicht bereit. Okay, cool, aber... Okay, ich glaube nicht, dass hier irgendwas besser ist. Aber... Nein, Digga! Du bist laut genug. Ja, hoffe ich auf jeden Fall. Äh, ja, Oskar, was geht bei dir? Ich hab deine Sparneure schon nicht abgehört. Ähm... Wollte die aber auf jeden Fall auschecken. Was ist das denn, Alter? Was ist das denn, Alter? Alter, Digga! Was ist das denn hier? Ja, Digga! Ja, Digga! Ich hab echt Bock, dass du mitzaukst, warum? Ja, Digga! Es ist echt funny! Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Die sind gerade alle am, am Sucht mit, Digga. Jetzt hab ich die Stadt Digga. Ich bin noch nicht bereit. Oh, ist die Stadt verbrannt. Ach krass, okay. Die Kathedrale ist komplett ausgebrannt, Digga. Magdalena ist alleine hier? Eine Axt. Genauer gesagt die Axt des Holzfällers. Einem Mann der Reisende in dieser Gegend verfolgte und abschlachtete. Gerüchten zufolge verschwand der Holzfäller kürzlich und ließ seine Waffe zurück. Der Priester, der mich angeheuert hat, verrät mir nicht viel. Ja, Late Night Session, Oskar, dachte ich. So viele Dinge stehen, erfriere ich, bevor ich das verdammte Ding finde. Wenn ihr mir dabei helft, die Axt zu finden, erhaltet ihr einen Teil des Lohns. Sucht in den Wäldern rund um die Stadt. Ich bleibe hier, in Sicherheit. Ich brauche sie nicht. Aber Perrin will sie. Er ist eine Art Priester, doch ich weiß nicht, was er damit vorhat. Ich habe bereits früher für ihn gearbeitet. Es ging immer um seltsame Gegenstände mit einer Geschichte. Er zeigt gut dafür. Ich wollte so ungefähr vier, fünf Stunden Diablo am Stück zocken. Eigentlich eher so vier Stunden, weil ich glaube, ich habe eine Stunde gezockt zum Uleasen. Und jetzt nochmal vier Stunden werden fünf Stunden. Da kann ich schon mal ein bisschen Material schneiden und so weiter und so fort. Ich mache halbe Stunden Material und haue das rauf auf meinen YouTube-Kanal. Also ich schneide ja nicht viel. Ich schneide ja nicht weg. So, ich werde das Rohmaterial behalten, dass man sich vielleicht wieder nochmal angucken kann. Wart man eh nicht machen. So ein bisschen wie auf Festivals Fotos machen. Das ist total sinnlos, Digga. Guckst du dir eh nie wieder an. Oder auf Konzerten. Aber trotzdem. Will ich das machen. Ja. Ich denke noch zwei Stunden ungefähr. Bis 22 Uhr, 23 Uhr. So in dem Dreh, denke ich mal. Vielleicht. Dann auf jeden Fall. Oh, Wut. Pause. So, jetzt haben wir hier einen Fertigkeitspunkt noch gesammelt. Das finde ich ziemlich geil. Jetzt haben wir nämlich die Basisfähigkeiten fertig und könnten jetzt den Quatsch hier anfangen zu lernen. Weil wir haben nämlich zwei Fähigkeiten noch fertig. Oder maximales Mana erhöhen. Oder nach dem Wirken einer Fertigkeit, die keine Basisfertigkeit ist, erhaltet ihr drei Sekunden lang zwei Prozent Widerstand gegen alle Schamtsarten. Und ein Prozent zusätzlich Gegenstand gegen die Schamtsart dieser Fertigkeit. Ist natürlich auch Barber, Alter. Ja, bin ich auch ein großer Fan von, Oskar. Bin ich auch ein großer Fan von. Also da nicht so viel Fotos machen. So, weißt du. Ich bin ja. Vielleicht wenn du mit Leuten unterwegs bist, die da nicht da waren, dass du ein paar Fotos zeigen kannst, so. Aber ich bin dann eher so ich mach ein Foto davon, wie sieht es aus oder so. Mal ein Foto von der Bühne oder so, weißt du. Aber ich filme jetzt nicht irgendwelche Momente oder so, weißt du. Oder also da sind wir auf einer Wende. So, ich weiß aber nicht, ob der Feuerstrahl in der Audrey Schiff für mich ist. Ja. Ist natürlich geil. Fünf Sekunden lang 30% weniger Schaden oder nach der Teleportation trifft schnisternde Energie vier Sekunden lang zwei zusätzliche Gegner. Glas-Kanone ist auch geil, Alter. Glas-Kanone ist für harte Marke. Ich würde fast... Ich nehm das hier. So, alles verhauen, das ist natürlich klar. Alles weg. Wir brauchen nichts davon. So, und da wollten wir nicht hin. Wir haben hier schon Lilis Tempel gefunden, sondern wir wollten hier hoch und dann nach unten und den ersten Dungeon machen. Was ist das denn? Das darf ich ein bisschen, dass ich als Magier nah ran muss. Bei der Basisfähigkeit. Oh, guck mal, hier ist auch noch einer. Mach sie weg, Digga. Geil, Digga. Ey, ich krieg dir die Daumen, Digga. Das ist die Wetten Schein. Und ich hoffe, dass dein Internet wieder funktioniert. Ja, ich hatte ja ein bisschen Angst, dass es nicht mehr funktioniert, aber anscheinend habe ich es ja doch wieder zum Aufweg gekriegt. Und du mit dem Gaszugang, ja, da wollte ich mich bei deinem Dad noch mal beendet, aber, Digga, ich bin heute früh aufgestanden und musste arbeiten, in so'n Shit. Und war halt mit meinem Sohn ja zum Tag Basketball spielen, weißt du? Also war schon ein bisschen wenig Zeit heute. Noch geht's, ja. Wird doch zukünftig gehen, Digga. Safe, Alter. Hat die Scheiße repariert. Ich glaube, dass die Einstellungen, die dein Dad getroffen haben, schon ein großer Teil waren, warum es nicht funktioniert hat, aber der größte Teil war, ähm, durch diese kleine, kurze Lagenkabel, okay, das könnte eine kleine Schirrung vorgerufen haben, aber eher, dass weniger Internet, äh, ähm, zu Fritzburg kommt, als ihr unten sozusagen durch den Anbieter, äh, reingeliefert bekommt, ins Haus. Das größte Problem war aber die TRE-Dose. Ähm. Telefondose ist richtig im Arsch. Habt ihr noch hier die kaputte von euch? Oh, oh. Hat sich meine Ausbildung wie es immer gelohnt war. Bam! Bin ich so der Fan von diesem Fan, in diesem Video. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich bin noch nicht bereit. Okay. Was ist das? Geil, der Kriegstücker. Geiles Stürmband. Oha, Alter. Oha. Okay, crazy. Kann ich mich nicht groß angucken irgendwie? Wie war denn das? Betrachten wir noch einmal die Karten. Lass mal reinpänen, Digga. Lass mal reinpänen, kann ich nicht überhaupt pännen? Ich glaube, ich habe nicht mal hier noch Geld drauf. Ah, Pech gehabt. Digga, Oskar, bist du noch da, Digga? Das Geilste war ja, dass die Leute ja nicht reingekommen sind um 1 Uhr und da es sich dann rumgesprochen hat, dass man erstmal im Shop was kaufen muss, bevor man ins Spiel kommt. Wegen der Warteschlange und so. Digga, Alter. Größter Cap des Lebens, Digga. Also wer das erzählt hat, Alter. Geil, Alter. Den Leuten erzählen, die müssen erstmal was im Shop kaufen, damit sie ein Spiel spielen können. Digga, ist so krass, Digga. Und vor allem den Leuten, die ja eh schon die Ultimate Edition für 120 Euro gekauft haben. Ist so geil, Alter. Probe hin, Leute, ey. Ist er hier? Gelb, Digga. Geil, Digga. Ist das cool bei dir? Okay. Dann gehen wir mal weiter nach unten. Wir haben ja wieder ein bisschen was. Aber wir müssen mal gucken, dass wir... Die Schuhe sind besser, Digga? Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Benötige ich dir meine Hilfe? Mein Kind. Ganz allein in der Fenster ist. Bitte, helft mir, mein Baby zu finden. Ja. 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 Ähm. Ja. 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 Ich sehe so nicht, ob ein Spiel überhaupt was privat spielen kann. Alter. Wie sieht das verlorene Kind aus? Was ist denn hier hinten los? Das führt bestimmt auch noch mal eine Mission hin oder so. So, dass wir in das scheiß Haus müssen. So, wir gucken mal. Ah, guck mal, wir können jetzt nicht hier. Beschwörungsfähigkeit rufen. Ist jemand da? Boah, wir haben jetzt, wir haben jetzt Feuerschaden, Blitzschaden und jetzt wäre natürlich Kälteschaden geil. Was? Was, Alter? Bitte, helf mir mein Baby verwenden. Grüße. Ja, brauche ich. Oh, okay! Jetzt hab ich manchmal Das war's für heute. Die Frage ist, ob wir wirklich neue Fähigkeiten nehmen oder erstmal die anderen Fähigkeiten natürlich nach oben treiben, weißt du. Was ist denn das hier für ein Dungeon? Oh! Ah! Das ist genau der Dungeon, wo ich hinwollte. Na, sieh ihn an. Na, sieh ihn an. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Und dann haben wir ja noch eine Nebenmission offen. Und zwar, ja, hier mit dem Holzfäller. Machen wir als nächstes. Geil. Stück für Stück. Stück für Stück. Und so eine Collectors Edition hätte ich natürlich auch gerne. Muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Hinstellen. Schon episch jetzt spielen. Schon episch jetzt spielen. Oh, ja. Oh, ja. Ich bin noch nicht bereit. Oh! Ich bin noch nicht bereit. Oh! Ich bin noch nicht bereit. Danke. Stell dir. Ich rede. Das ist leftoversier. Du hast gern inacia. Sieh ihn sigtern. Reste убieg'nsicht. Es geht Platzen. Dieウipfrau werden muss hören. was war ohne fähigkeiten einzusetzen ich bin noch nicht ich schon lange gelaufen okay muss man wirklich gucken wo der geld haben wir die frage ob wenn wir jetzt sind für den droiden hoch machen ob das für den ruinen der freischaltete mit dem ich brauche zeit für die vortein theoretisch und kann ich jetzt schon vor weit machen für die nächsten charaktere das heißt der erste durchgang mit irgendein charakter ist immer der schwerste weil jeder charakter denkt danach mache rein theoretisch viel viel einfacher ist weil ich hat schon so eine sache freigeschaltet haben kg kilogramm wie schwer ich bin willst du wissen gerade echt dick geworden weil ich gehört habe zu rauchen sehr unangenehme frage ja 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 Oh Tu wurde